0815 0815 Hilleck! Aufs Marsch! Ihr schlaft ja ein, ihr Sette! Hilleck! Aufs Marsch! Sender Stair Survivor könnt ihr stemmen und die gehauen scheißen, was? Aber mit exerzieren ist es nicht! Oh, du schöner, fester Mann! Vierbein! Johannes! Du! Rühr dich doch! Dank der Scheiße! Achtung! Wollen Sie nicht aufstehen, Mensch? Nee! 0815 Sehen Sie gefälligst Ihre Säbelbeine an, wenn ich Ihren Weg kreuze! Zu Befehle, Hauptwachtmeister! Sie wollen doch auf Sonntagsurlaub gehen! Nein, Herr Hauptwachtmeister! Na nun, warum denn nicht? Ich hab keine Lust, Herr Hauptwachtmeister! 0815 0815 Der Film, der zum Klassiker wurde Nach dem Roman von Hans-Helmut Kirst Von Paul May verfilmt Mit Schauspielern, die heute Weltstars sind Ich glaube, es sind die Einzigen in der ganzen Kaserne Die verschwinden hier sofort und melden sich bei Unterung des Lindenberg zum Reinigen der unteren Lavrinen! Du Befehle, Hauptwachtmeister! 0815 0815 0815 0815 0815 Los, 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 los die Herrschaften zum Waschraum! Asch! Wollen Sie nicht aufstehen, gefreiter Asch! Das kann gar keine Rede sein, Herr Unteroffizier! Jeder Mann hat sich unmittelbar nach dem Wecken zu erheben! Was heißt unmittelbar? Eine Sekunde, drei Minuten Unmittelbar heißt bei mir sofort! Das kann jeder sagen! Ich bin nicht jeder, ich bin Ihr Vorgesetzter! Ausgesucht habe ich Sie mir nicht. Jetzt habe ich Sie. Was Sie da tun, ist denn nicht Mäuterei. Uwe D! Uwe D! Das ist Mord. Nackter Mord. Ruhe bitte, ja. Und ich frage Sie, ob Sie auf den Herrn Hauptwachtmeister geschossen haben. Wo hast du deine Klamotten verkauft? Mensch. Was ist denn das? Sind Sie auch besoffen? Die Riesenruss? Bitte, Herrn Wachtmeister, melden zu dürfen, dass ich Schlafwandler bin. Was? Das ist gut. 0815. 0815.